Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ich liebe diese Melodie Ich auch Der Witcher Mit mir Dem Putazin Wir sind auf dem Weg zu Neukarakord Um dort mit Leuwarden Vincent Nicht äh Jetzt habe ich den Nab vergessen Ähm Wie heißt denn der nochmal Äh Siegfried Und Driss und Mia zu reden Ihr seid in Gefahr Was? Warum? Die Bürgerwehr erfuhr von euren Treffen Die Salamandre haben Spione in der Armee Ihr müsst fliehen Das werde ich nicht Ich muss mit den anderen reden Die Salamander werden bald hier sein Dann trotze ich ihnen Los, lauft weg Ihr habt wohl keine hohe Meinung von mir Ich lasse euch nie und nimmer im Stich Ich dachte mir schon, dass ihr bleibt und kämpft Meine Leute sind bereit Sie kamen freiwillig Ihr könntet getötet werden Sollte euch etwas geschehen Wird Carmen Es verstehen Statt wachen? Wie konntet ihr? Ihr seid nicht die einzigen mit Informanten in der Armee Vincent Es war töricht sich mit dem Hexer zu verbünden Ihr habt keine Chance Wir werden sehen Das ist euer Ende Wartet Wir haben das richtige Schwert draußen Ja Und Maskierter Krieger kommen hier Und 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 Wir haben zwei hier oben Vollkommen Immunität Das ist ja Toxigkeit Reflexe Ja Wartet, wartet, wartet doch mal Mal Einer Welt voller Banditen und Mörder Kann wahre Liebe immer noch Wunder wirken Wenn etwas verloren scheint, sollte man kämpfen Ein Märchen Wartet Wartet, wir werden kurz Andere Schwert Wir müssen gegen das Vieh gewinnen Bloded Komm, StPC ist Schöne Musik Ne Oh geht auch nicht kleiden zwei orens hier oben liegen noch paar leichen rum so das war doch nicht der große letzte kampf behalt euch behalt euch muss ich hoch ein bisschen essen so haben wir haben wir haben wir haben wir haben unser inventar ein bisschen gelehrt auch vorhin hi leute gerald wir haben auf euch gewartet seid gegrüßt ich hatte mir schon sorgen gemacht wurde schon was entschieden der orden ist offenbar zur zusammenarbeit bereit wir werden dieses übel in visima ein für allemal ausrotten manchmal kommt es innerhalb des ordens zu missverständnissen aber so wie ich das sehe müsste jetzt klar sein was wir zu tun haben missverständnisse egal offenbar sollen wir auf magische weise irgendwo hin transportiert werden triss teleportiert euch und siegfried zum stützpunkt der salamandra ihr öffnet den rittern das tor wann das muss noch entschieden werden still ich höre schritte ist man mir gefolgt das tor ist verschlossen aufmachen im namen von könig folg ist und der flammenden rose das ist der wett der verräterische mönch eine schmach für unseren stand das habe ich so nicht geplant siegfried ich weiß ihr treibt euch mit dieser hexe herum ihr seid erledigt triss könnt ihr uns sofort transportieren ist das klug das könnte unsere einzige chance sein alk im baga hara ich kannte einen retter der wurde beim teleportieren zu suppe ich zähle bis drei ihr seid am arsch siegfried suppe vielleicht äh dark ambra der hat rean das salamandra stützpunkt wir haben kein heiltrank wir haben kein gar nichts aber wir können gehalten werden ich bitte bitte das wir waren bei wir hatten au mm wenn wir wir erhalten wir sind wir eh und so okay das bricht uns ja gar nicht so bin ich diesmal hat es die zauberin übertrieben und warten wir haben aber keinen trank jetzt mehr was uns jetzt aktiv was nützen würde kämpft ihr stinker na komm die sollten die sie weg sein der andere auch noch und ruhig hier schlaft er also nicht in gemütlichen lagern mann 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 das wollte ich doch gar nicht nein lass mich geht weg wie lang wollte ich kommt derzeit doch auch dämlich auch seien wir mal ehrlich die schlaussen seid da wirklich nicht und diese komischen türen werden die stufe aufgestiegen ich kann ja meditieren am lagerfeuer was war das denn jetzt er kann am lagerfeuer nichts machen warum auch ich frage mich ob die abzeichen uns das bringen ich befürchte einen großen kampf und dass wir wahrscheinlich in alztruhe was ist da drinnen war schon gelesen ok ok jetzt nicht so viel besonderes drinnen das beutel da kommt man auch noch mal rein schwarzpulver ganz lagerfeuer nicht mit der leiche kuscheln naja gehen wir weiter da hinten ist siegfried ok da geht es nicht weiter wir dürfen keine zeit verlieren siegfried öffnet das tor und lasst den orden ein und wo ist stress sie ist zurückgeblieben um sich um diesen durchgeknallten bewett zu kümmern sie trug mir auf euch zu warnen dass er sah dank eines buches immense macht erlangt hat ich kenne die geschichte wollte er es allein mit dem ganzen stammt stützpunkt der salamandra aufnehmen irgendeine idee die salamander betreten ihren stützpunkt durch ein magisches portal verdammte elfen magie können wir es benutzen triss behauptet ein stein der macht kann es aktivieren in der höhle dort rechts gibt es etwas ewiges feuer beschütze uns ähm in der höhle dort rechts das ok in der höhle dort recht in der trugel gab es viel aber die stadt was verbrauchten obwohl besser hier als wieder auf seinem empfang ja das auch nichts da hinten sind sie doch gemore arbeiter die werden mir blau angezeigt also nicht als feindlich da sind ganz viele überreste hier habe ich schon alles platt gemacht naja dann wollen wir mal da rein da 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 okay ja letztes stücklein hat geschlagen und nicht da hallo tötet es einfach so aua nein och man reicht mir langsam ich will jetzt tot sehen ja ich stehe ich will auch einfach rum schnell und gar nichts tun laden das kotzt mich so an dass man einfach was wo wurde das auto safe gemacht dich euer ich 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 vorbereiten wir gehen nochmal schnell auf den markt um warte wir haben doch irgendwo auch noch so eine werkstatt ne ist auch nicht hier manufaktur das ist auch das ist doch auch ein alchemist und den können wir doch was du wirst was abkaufen hoffentlich jemals nach oben gegangen ich ich immer noch adieu damit habe ich keinen bock mehr zu reden ja hier gibt es nichts alles klar ja zum markt kommen ich ich brauche tränke aber jemals eigentlich bei ok wir gehen nochmal schnell zu kalkstein und gucken ob der tränke zu verkaufen hat auf jeden fall wenn ja praktisch wenn dich geben auf den park und danach bekämpf mal mit die wieder das haus komm kalkstein 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 komm dumm wäre toll wenn jetzt alles klappen würde genau kalkstein ja 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 was hast du denn alle ja wow wir können uns nicht viel holen 200 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 300 wir haben noch keine talante was verkomme ich denn jetzt hier rein ich will ja mach doch noch was okay wir können wir können hier keinen nix trinken lass mich zurück wo können wir noch tränke braun ja gut wir müssen irgendwie durchkommen keine ahnung wie und ja ja es ist auch den ganzen tag da bringen das ding ist wir haben viel zu wenig obwohl es wahrscheinlich ein trank holen zu können ja so langsam warum können wir das nicht einfach ordentlich angezeigt werden als wird auch nicht die drecke die ich haben will ja ne kommen darunter jetzt ja 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 das in ordnung hexer was soll ich in ordnung bringen was soll ich eigentlich egal werden sie schon selber in ordnung bringen das ist aber jetzt ein bisschen doof dass ich nicht mehr bauen kann richtig und jetzt müssen wir wieder kämpfen ihr seid was die bürgerwehr vor von euren treffen dass wir die salamand verheirg es fisch ich würde sagen wenn wir uns dann wiedersehen wieder also zu dem anderen kampf da sehen wir uns dann wieder bis dahin würde ich sagen bis zum nächsten mal tschüss 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 Untertitelung des ZDF, 2020